Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Fallout 4. Ja, wir sind jetzt wieder zurück und mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, meinen Pip-Boy zu starten. Ja, Piper geht schon, der ist jetzt schon wieder zu viel. So, gut. Oh, Ton habe ich auch vergessen auszumachen, es tut mir leid. So, mal schauen, verbindet er sich gleich. Er lädt und lädt und... Oh, er ist gleich da. Ja, perfekt. So, Karte. Gut. Genau, was haben wir vor? Ich gucke hier nochmal, damit ihr ein bisschen mitgucken könnt. Was steht denn eigentlich an Silver Shroud? Und, ähm... Also, den Sender können wir natürlich sehr gerne hören, aber das mit den Töten... Ich weiß halt nicht, ne? Ja, okay, also er hat Mutter und Kind getötet. Ja, schon, aber ich meine, wir haben doch damit eigentlich nichts zu... Na, obwohl, wir sind ja auch für Gerechtigkeiten und so. Also, ähm, das Leuchten im Meer, würde ich sagen, müssten wir mal machen. Mhm, 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 mhm. Stimmt, äh... Das ist ja... Oh Gott. Wir haben ja eigentlich noch eine ganze Menge zu machen, ne? Ich denke jetzt, ach ja, das ist ja das mit den Rohren da, wo wir tauchen müssen, stimmt. Aber ich würde sagen, ähm... Leuchten ist Meer auf jeden Fall heute. Das werden wir mal so ein bisschen auf dem Schirm haben. Hallo, Piper. So. Dann schauen wir mal. Schade. So ein, so ein, äh... Ja. Nö, das ist gut, ich wollte nichts. Hey. Du bist gekommen. Ich, äh, ich hatte fast nicht mehr damit gerechnet. Doch, na klar, haben wir ja gesagt. Hey, jetzt, wo du wieder in Sanctuary bist, wie würde dir ein Job gefallen? Ein Job? Für, äh, für mich? Mhm. Wirklich? Ja, na klar. Ähm. Gibt's dir den Auftrag? Ja, ich glaube, deine Erfahrung im Verkauf könnte sehr von Vorteil sein. Mhm. Ähm. Vertreter nach. Die Burg. Da könnte man eigentlich hin. Woher die Burg? Ähm, Sanctuary ist ja hier. Ähm. Oberlandstation. Die Burg. Ja. Schicken wir mal da hin. Ja, also das, äh, das ist toll. Ich werde dich nicht enttäuschen. Da ist er euch gerne. Aber warte mal kurz, bevor du losrennst. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Genau, bleib mal kurz hier. Du hast Pistole und so. Und ja, gut, alle klar. 13 ist zwar nicht besonders stark, aber... Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Ja. Bereit für die Zukunft. Jawohl. Das machen wir schon. Was ist los? Er nimmt den Reifen mit. Das ist auch gut. Wie? Was ist los? Janus, ist das los? Treibt mich doch nicht alle so an. Oder das ist dann los mit euch? So, ähm. Ich werde hier... Achso, er ist das, ja. Ich werde hier mal so ein bisschen aufräumen. Weil das ist mir hier alles ein bisschen zu dreckig. Könnte ich dich auch aufräumen. Ähm. Der Dreirad lasse ich da. Warum auch immer. Wagenheber. Komm, der kann eigentlich auch weg. Hier kann alles weg. So. Pumpen haben wir da. Sonst ist hier eigentlich alles soweit in Ordnung. Okay. Ähm. Wir müssen auf jeden Fall schauen. Ich bin gerade beschäftigt. Von dir will ich auch hier anders. Was ist denn los mit dir? Ähm. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir, ähm, an Munition kommen. Okay, ähm. Lass mal gucken. Ich gucke mal hier auf... Hier läuft es richtig gut, was? Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich. Hm. Das ist natürlich sehr beruhigend. Weiß ich nicht. So ein bisschen. Ähm. Oberlandstation. Da reisen wir jetzt mal schnell hin. Dann sind wir schon so, ähm, auf dem Weg. Zum leuchtenden Meer. Ich würde mal Zeit... Da oben stimmt. Sollte... Nicht ohne gewaffene, äh, gezogene Waffe reisen. So. Erstmal Worte suchen. Ähm. Wir müssen so ganz grob die Richtung hier. Jetzt bin ich am überlegen. Ja gut, komm, wir gehen erstmal los. Weil wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Zeugs. Ja, also hier Patronen und so, ne? Okay, da haben wir unsere Machete. Äh, also... Ja. Sieht ja ganz toll aus. Ja. So von der, ähm... Von der Ausrüstung. Yay. Na, mal gucken. Vielleicht sollte ich hier auch mal so ein bisschen reingucken, immer. Nicht immer nur durchlaufen. Ich meine, ich will mich auch nicht allzu lange aufhalten, aber... So ein bisschen umsichtig sein, weißt du? Hier zum Beispiel. Warum kein Kübelkopf hier? Ihm würden die Beine abreißen. Was ist denn los mit dir? Andererseits sollte ich auch vorsichtig sein. So langweilig. Ja, finde ich auch. Aber wahrscheinlich nicht mehr gleich. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder sterben. Das wird ein guter Kampf. Stopp. Ich hab mich sogar ein bisschen erschrocken. Was denn los hier heute? Hängt ja gut an. Was für eine Verschwendung. Ja, Piper, lass es. Der ist doof. Kommen wir hier... Ne, das ist das hier. Endlich stehen bleiben, blöder Mann. Ja, komm her. Au. Der war zu früh. Ja, komm her. Komm, ich mach ich kaputt. Was? Piper, kümmere dich mal um den da hinten. Oh, au, au. Ich muss mal kurz weg. Ich bin mal kurz raus. Verdammt, ich hab... Ich hab nichts mehr zum... Nein, nein. Gibt's ja nicht. Okay, warte. Ähm... So langsam... Boah, das wird... Anstrengend. Wenn man kaum was hat. Ähm... Ich nimm mal ne Quantum jetzt. Ist ja... Du kämpfen, Feigling. Was heißt hier Feigling? Ist ein taktischer Rückzug. Davon kennst du ja nichts. Davon weißt du nichts. So. Wo bist du? Piper sa... Früher oder später, du müssen rauskommen. Er hat Piper flachgelegt. Was ist denn los mit dir? Oh, komm her. Und Schuss. Ich... In diesem Modus treffe ich so gut wie gar nicht. Kann das sein. Hä? Du hast angefangen. Warum wir Menschen immer kämpfen. Er hat angefangen. Was ist denn los mit dir? Piper, alles okay? Schön, wieder unterwegs zu sein. Hier draußen schneidet man sich weniger oft an Papier. Ja... Es scheint hier gut zu gehen. Hm. Hm. Wo ist denn... Da ist die Fällspitze. Wir müssen da lang. Wir können hier eigentlich runter und da drüben weiter hin, ne? Kommt... Ah, warte mal. Ich guck mal hier nochmal nach. Bevor wir hier drüben runter hin. Und du rüber. Mhm. Ich hab ein dummes Gefühl. Ja? Hallo? Hi. Ähm. Okay. Babyrassel, oh Gott. Manu. Ähm. Der Rob... 24 Schaden? Hallo? Den nehmen wir doch mal. Jeans, Unterhemd, das lasse ich hier. Wollen ja nicht ganz so ausverschämt sein. Ähm. Was haben wir hier noch? Machete. Muss ich erstmal nehmen, dann... Kampfmesser. Muss ich auch erstmal nehmen. Ich muss erstmal schauen, ähm... So von der Stärke her, ob es sich lohnt. Sonst ist hier eigentlich nichts, ne? Hm. Süßes, sonst gibt's Saures. Hm. Ich guck mal kurz, äh, Waffen. 34? Hallo? So. Sollte ich vielleicht mal gegen... Irgendwas... Sinnvolles tauschen. Welche braucht er? 308er. Mal gucken. Rot. Haben wir irgendeine Waffe? Machete. Also wenn er schon Machete zweimal anzeigt, dann wird das wahrscheinlich nichts weiter sein. Nehmen wir mal statt hier. Ähm. Machete ist zweimal die gleiche. Ne, gut, okay. Dann kann ich die eine hier ablegen. Achso, das Kampfmesser wollte ich noch... Ähm, 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 ähm. Da. Kurz überlegen. Äh, Kampfmesser. Da wollte ich noch mal kurz gucken. Takt. Achso, nee, das ist Tite. Achso, warte mal. 19, stimmt. Die wollte ich auch mal eintauschen. Aha. Ähm. Ich muss mal schauen, dass ich die, ähm... Hm, 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 hm. Wir hatten höhere Reichweite. Mal schauen, dass ich die, äh, bald mal auch... um... Oh, die Flaschen, ne? Ich weiß nicht, ob man das hört, aber die Flaschen knacken hier rum wie sonst was. Ich hab vorhin gelüftet. Ja, mein Gott, das ist schon eine halbe Stunde her. Was ist denn da los? So, ähm, ja, dass ich da, ähm, das fertig an der, also an meinen alten 10 mm rangebaut habe, dass ich das jetzt an der neueren vielleicht dran schmeißen kann. Muss ich mal schauen, ob das überhaupt geht. Und jetzt haben wir wieder einen schönen langen Ladebildschirm. Klar, warum... Ah, ich hör was. Jetzt, ja, okay. So. Hi, Piper. Wasser. Hallo, Piper. Tch, brau. So. Und dann gehen wir mal... Dann springen wir mal hier rüber. In der Hoffnung, dass wir, ähm, gut durchkommen und hier nicht gleich überfallen werden. So, auf offener Straße. Wenn da oben, hier in diesen Türmchen oder was auch immer das hier ist, da welche stehen, mit einem Scharfschützen, die wir haben, haben wir keine Chance. Wo kam das denn her? Piper, hast du was gefunden? Braves Mädchen. Ich mag die Frau. Äh, ja. Okay. Ist das nicht... Nee. Nee, das ist nicht hier, wo war, ähm... Uh. Strahlung, Strahlung, Strahlung. Alter. Sag, er ölig die Straße. Krass. Das hab ich so selber noch nicht gesehen, also auf meinem alten PC. Egal. Ja, von der Grafik, da bin ich ja immer noch begeistert, ne. So. Das nehmen wir natürlich alles mit. Das können wir alle jetzt in Century schön einpflanzen. Teller brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Altes Geld, Zweckstoff, gerade auch nicht. Also, beziehungsweise ist nicht da. Gehen wir da rein oder erstmal hoch? Ich würde sagen, erstmal hoch, ne. Weil wenn wir reingehen, wird wahrscheinlich geladen. Erstmal. Hallo. Ich hoffe, es liefert gutet. Teddybär. Den lasse ich dir natürlich. Den nehme ich dir nicht weg. Mmh, Instantpüree. Schön, ein bisschen was zu essen. Das ist sehr, sehr gut. Fläschchen, so wie Ergänzgläser und alles, aber brauchen wir nicht. Oh Gott, nicht niesen. Oh. Hu, 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 warte mal, warte mal. Ui. Haha. Das war knapp. Uh. So, gucken wir mal hier unten rein. Ich habe es gerade noch gehört, ne. Ich sehe so eine Dinger nicht. Oh. Ich versuche immer auf alle zu achten, aber das ist ja auch das, was ich am Anfang meinte. Äh, wenn ich hier langlaufe, ähm, ja. Ich werde öfters mal in solchen Bombenrennen. Das ist jetzt natürlich die falsche Richtung, aber... Nee, komm. Wir machen nicht einen zu großen Umweg. Wir bleiben so in etwa die Richtung. Ich meine, wir müssen hier gleich querfeld ein. Hier so irgendwie schräg rüber. Machen wir mal gucken, falls hier irgendein Haus offen ist. Doch ist das hier, oder? Wo wir mal hier diesen Kampf hatten. Da, wo hier irgend so ein Android lag oder so. Oder halt so ein Synth. Ein Bike. Das will ich haben. Lass uns ein Stück fahren. Oh, die stehlernde Bruderschaft ist wieder unterwegs. Komm, wir gehen jetzt hier querfeld ein. Yay. Kumpels. Also, ne, ja, was heißt Kumpels. Ähm, hier geht's hoch. Oh, lass mal gucken. Hier sogar noch Saft drauf. Was denn da alles? Hi. Bye-bye, ich bin hier oben. Und du da unten. Und da ist irgendwas. Warum? Da ist, da steht irgendwas drauf. Oh. Okay. Den Weg können wir schon mal vergessen. Ich weiß gar nicht. Was verliegt denn jetzt hier irgendwo eigentlich? Verliegt hier eigentlich so hin? Wo fliegen die denn hin? Wollt ihr hier landen, oder? Okay. Ey, säg mir nicht den Kopf ab. Ganz ruhig. Achta. Das ist aber nicht Piper da unten, ne? Nee, nee, kann das sein. Dann, das wäre deren Todesurteil. Nee, ach, das und das und Mückenviech. Ich habe nur was rotet gesehen. Was ist denn da los? Achso, wird beschossen. Ich dachte, was, was, was verlieren die denn da? Ich sollte mal vielleicht ein bisschen rübergehen. So ein bisschen unter der Arme greifen. So. Oh. Ja, und ist da los? So, hier frisst das. Okay. Aber hier, ach Gott, jetzt sind so viele. Warum? Warum das so viele? Bin ich nicht gut. Kann ich nicht gut heißen. Müssen wir ein bisschen minimieren. Toll. Okay, Piper ist da. Ich muss mal kurz... ...mich ein bisschen zurückziehen. Alter, hier sind ja überall. Die haben ja auch eine Reichweite von... ...von 35 Kilometern. Ich konnte mir schon denken, dass es hier... ...keine gute Idee war, hinzukommen. Allerdings, die könnten auch gut Munition haben und so, ne? Hier hinten kommt mir erst mal keiner hinterher. Warte mal, ich lass mal kurz überlegen.